Ja, hallo, liebes MTP-Land. Hier grüßen euch euer GSV-Leiter. Hallo, ich bin Martin. Und Markus. Wir grüßen euch hier aus dem wunderschönen Leipzig, dem Ort der nächsten Wintergeschäftsstellenversammlung, die ja mittlerweile schon in zweieinhalb Wochen ansteht. Wir freuen uns schon riesig. Wir werden nochmal alles geben in den letzten Wochen, um für euch eine richtig geile Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und damit diese auch wirklich so gut wird, wie wir uns das wünschen, unterstützen uns alteingesessene Unternehmen wie zum Beispiel Procter & Gamble & Henkel, aber auch regionale Unternehmen wie zum Beispiel die Stadtwerke Leipzig und Bauerfeind. Also freut euch jetzt schon auf richtig interessante Vorträge und Workshops hier in Leipzig. Genau, neben den bekannten Sachen erwartet euch in den nächsten Tagen auch noch eine GSV-Neuheit. Das wird eine Riesenüberraschung werden, welche wir über Facebook und Twitter bekannt geben werden. Also folgt uns da weiter fleißig, damit ihr diese nicht verpasst. Wir freuen uns riesig, euch hier in zweieinhalb Wochen begrüßen zu dürfen. Seid gespannt, was eure Sinne hier erwarten wird. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Tschüss.